Willkommen zu unserem Produkttest des REA Babyphone NeoDigital. Heute zeigen wir euch, wie dieses Babyphone in unserem Alltag funktioniert. Das Babyphone bietet eine sichere, störungsfreie Übertragung und ist durch den Eco-Modus energiesparend. Es verfügt über einen optischen und akustischen Alarm, eine Statusanzeige und regulierbare Lautstärke. Die Reichweite beträgt bis zu 250 Meter, was für die meisten Haushalte mehr als ausreichend ist. Positiv hervorzuheben sind der hervorragende Empfang und die sehr gute Tonqualität. Ein Nachteil für uns ist die fehlende Gegensprechfunktion und der Akku hält leider nicht lange. Außerdem müssen wir die Batterien alle zwei Wochen wechseln, obwohl wir das Gerät nur etwa zwei Stunden pro Tag nutzen. Das war unser Produkttest des REA Babyphones NeoDigital. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar, liked das Video und abonniert unseren Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal!